Ok, der Raum scheint sicher zu sein. Hier oben sind zwei Shotguns. Warte, warte, warte. Ich guckum. Jupp. Genau. Ok, dann hier mal wieder runter. Mal erst mal der anderen Raum gegenüber, würde ich sagen. Mhm. So, du bist bereit. Ja. Also das ist immer ganz gut, möglichst die Leute hier in diesen Gang zu lotsen. Sehr gut. Und noch acht, Schluss. Achtung. Guck mal, dass du Sachen einsammelst. Was hier nämlich nicht geht, dass wir dem Partner irgendwie Munition abgeben, das funktioniert nicht. Das funktioniert tatsächlich nicht. Und man wird am Anfang auch relativ knapp gehalten hier mit der Munition. Also man darf nicht einfach nur wild drauf losballern. Man muss ein bisschen taktig. Aushalten. Genau. Ok, dann sind wir hier fertig. Dann gehen wir jetzt in den Mittelgang. Ja, und dann gucken wir jetzt mal oben. Wait for me. Ja. Ja. Sehr gut. Ja, wie gesagt, dass dieses Seitwärtsgehen, dieses Draven hier funktioniert, ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Ich stehe völlig hinter dir. 36 und 6. Ja, nimm du es. Ist egal. Wir kriegen hoffentlich gleich ein anderes noch. Ja. Da seht ihr es, ich habe die Wand angeschossen. Das funktioniert also auch. Da dachte ich, der ist hinter mir, dabei ist es ein Alien. Medipack. Sehr gut. Wir haben nur 44. Ich habe noch 32. Ah, ok. Müssen wir ein bisschen aufpassen. So, ich weckle jetzt auch mal auf die Shotgun. Ich glaube, die ist hier doch ein bisschen besser. Fertig? Jo. Sehr gut. So große Räume sind immer so eine Sache. Links. Ok, gehen wir erstmal hier links rum. Rechts. Sehr gut. Hinter uns. Von der Tür. Ah ja. Weißt du? Nehme ich. Habe ich. Ich habe... Ich müsste mal da die Waffe wechseln. Geradeaus. Vor dir. Ja, habe ich. Geradeaus. Oh, komm Alter. Habe ich. Huch. 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 Ok, hier ist Shotgun. Medipacks gibt es auf jeden Fall gleich noch ein paar. Ja. Man muss auch ein bisschen aufpassen, weil man kann sich auch, glaube ich, selbst abschießen. Also gegenseitig abschießen, ne? Mhm. Okay. Ja, man wird hier echt... Wie sieht es bei dir aus mit Waffen? Shotgun? Ja, dann lass mich mal die Shotgun nehmen. Klar. So. Oh, da kommen noch Viecher. Na komm her! Wo ist er denn? Ich glaube, ich habe dich halb erwischt. So, wo ist jetzt mein Medipack? Weg. Super. Na, Medipack? Na, macht ja nichts. Ok, dann gehen wir erstmal hier rechts in den Augen. Ja, Medipack? Da war ein Medipack. Hast du das etwa aufgenommen? Yeah, Medipack! Ach, ich habe ja auch 99. Ich depp. Ich habe mal nach links geguckt. Was sind ja 19 Gegner? Ach ja. Oh man, die hat das jetzt zugebaut. Einmal mit Experten spielen. Ja, ich weiß es. Man könnte meinen, ich habe das Spiel noch nie gespielt. Dabei habe ich das in meiner halben Kindheit gespielt. Ich glaube, du hast das Spiel noch nie gespielt. Rechts. Ich habe es damals echt gerne gespielt. Rechts. Na komm! Ich habe es damals echt gerne gespielt. Ich finde das total geil. Aber jetzt schieße ich dir in den Rücken, weil du einfach vor mir schläfst. Was soll denn das? So. Oh, da ist noch einer. Habe ich. Das schön ist, dass man es halt immer hört, wenn die Gegner kommen. Ja. Das ist einfach sehr cool. Okay, dann haben wir den Raum, glaube ich, bis auf die Goodies hier oben. Medipack kannst du mal nehmen. Jetzt wird erst mit Shotgun 11, können wir uns mal teilen. Genau. Sehr gut. Alrighty. So. Also die Shotgun ist natürlich sehr, sehr cool von der Streuung her. Die Laser-Aimed Gun, die ist halt so ein bisschen fummelig. Da muss man sehr genau zielen. Der Shotgun ist hier schon die deutlich bessere Wahl. Nimm du ruhig mal. Okay. Fertig? Mhm. Ja. Hier geht er jetzt schon ein bisschen in die Knie. Ist noch einer, oder? Ne, jetzt bist du. Doch. Hä? Oh, 22 Health. Hinten ist ein Health Pack. Bei mir in der Ecke. Wenn du zu mir rüber kommst. Ja. Sind denn da keine Gegner mehr? Nein, warte. Dann lass mich vorgehen. Aber wenn du links an der Säule vorbeigehst, ist das ein Health Pack. Ja, hier ist auch eins. Links. Das andere links. Okay, jetzt habe ich es. 62 habe ich es. Du hast 91. Okay, perfekt. Äh, ja. Null. Wir haben es alle. Ja. Floor Secured sagt sie auch. Genau. Ich finde die Sprachausgabe total geil bei dem Spiel. Auch die Musik. Soundeffekte. Ich mag das Spiel echt. Das ist total geil. Ihr müsst auch nicht gleichzeitig hier in den Dings reingehen. Das funktioniert auch hintereinander. Natürlich mit schöner Aufzugsmusik. Genau. Ah, da ist er schon. Der College. Genau. So, wenn wir jetzt mal auf Start gehen, dann sehen wir hier, wir haben zwei Passwörter. Und zwar zwei unterschiedliche Passwörter bei jedem auf dem Bildschirm. Und die muss jeder dann entsprechend für sich selbst eingeben, damit man hier wieder an der selben Stelle weiterspielen kann. Jeder für sich. Nein, nicht gucken. Das ist mein Passwort. Okay. Die muss man sich alle noch händisch abschreiben damals, die Passwörter. Oh ne. Das war schon viel Arbeit. Okay. Ich würde sagen, wir machen erstmal die Flure. Und dann gehen wir entweder oben oder unten gleich zuerst. Mhm. Gucken wir mal. Au. Au. Erst links oder rechts? Rechts. Dann durch mal die Schottke auf. Okay. Erst mal den Raum oder erstmal den Gang fertig machen? Ja. Eben hast du noch gesagt, die Gänge. Ja, zur Sicherheit. Dann sind sie secured. Gut. Da kamen wir her. Ja. Nee, wir kamen von oben. Aber hier oben ist nix. Ja. Ja. Ja, gut. Ich muss kurz sagen. Du musst ja wohl kriegen. Gehen dann drüber die Shotgun? Ach, hast du schon, ne? Hä? Wollen wir die Tür öffnen? Weiß ich nicht. Na egal, wir gehen jetzt eh in die Tür. Ja, gehen wir erstmal hier oben rein. Ready? Steady, go! Hinter dir. Boah, nein! Fuck! Übel! Wo bist du jetzt? Ganz am Anfang vom Level, ich komme. Krass! Das war ein bisschen zu heftig. Ich glaube, ich habe dich auch erwischt mit einem Schuss. Könnte sein. Dann hast du mich ja quasi getötet. So. Ja, könnte sein. Bei sowas ist es halt ganz geil, vielleicht mit dem Typ einfach hier eine Mine reinzulegen. Aber es waren auch so viele Leute eben da in der Tür. Oh, hier! Nimm du mal Waffen hier. Du hast ein bisschen mau den Waffenstatus. Oder hier ist Shotgun links. Genau. Schnell genug gesehen, danke. Schnell genug gesehen, danke. So, hier rechts lag irgendwo noch ein Medikit. Da. Ja, das kannst du mal nehmen. Nicht du? Ja gut. Du hast nur gleich viel. Du hast einen Punkt weniger. Okay. Ja, immer noch 54 Gegner, das ist natürlich relativ viel. Jetzt gehen wir erstmal kurz hier in den kleinen Gang. Da kamen glaube ich kein Gegner, da gab es nur Goodies. Hier ist jetzt mein Medipack. So. Ja, Medipack. Sehr gut. Eins können wir liegen lassen. Oder? Ja. Da muss man ja durchlaufen hier. So, Shotguns. Nimm du die ruhig mal. Hallo! Ja, nimm dich unten nochmal. Ich habe noch ein bisschen mehr Laserimkern als du. Ich hasse so offene Räume. Nicht schlecht, Daniel. Nicht schlecht, Daniel. Fuck. Wo ist er denn? Okay, das sollten sie langsam alle hier sein. Nee, da kommt noch einer. 58, wie viel hast du? Äh, 86. Aber werden wir wieder den kleinen Raum? Da können wir gleich wieder ein bisschen Medikit auffüllen. So. Äh, ja. Da oben, genau. Darüber noch rein. So. Genau, hier kann ich auf jeden Fall mal auffüllen mit Medi. Shotgun. Okay. So, dann in den Flur runter. Äh, das ist wieder so ein großer Raum. Ich lege jetzt einfach mal direkt eine Mine, würde ich sagen. Bleib mal ein bisschen zurück. Und? Hast du was gebracht? Bedingt? Ja, da sind irgendwie fünf Leute hauptsgegangen. Und von einem sind nur Brocken da. Nimm du mal ein paar. Naja, der kuckelt noch. Genau, nimm du mal ein bisschen Weapons. Die braucht halt schon einen Moment, bis sie losgeht in die Mine. Ähm, sollen wir rechts rum an der Wand entlang hier? Ja. Hinter uns. Ah! Wo ist er denn? Ach. Schwein. War er. Ich hab nur noch 49 Hells. Du auch? Ja. Ups. Entschuldigung. Alter. Alter. Das gibt's doch nicht. Jetzt ist es schon wieder. Das gibt's doch nicht. Alter. Was ist da los? Das ist echt nicht, ey. Also letztes Mal haben wir besser gespielt. Also ich vor allen Dingen. Ich komme. Ich komme. Ich komme. So. Nun können wir weitermachen. Nun können wir weitermachen. Nun können wir weitermachen. Ich glaube wir müssen noch mehr zusammenbleiben einfach. Wo haben wir ihn jetzt noch nicht? Hier in den kleinen Raum können wir. Mhm. Dann gehen wir durch die Mittelgänge und dann in den nächsten großen Raum. So. Und falls ich da nicht schon wieder einen Typen verlieren sollte, dann hätten wir das nach das Level auch geschafft. Vielleicht bin ich wieder zu ungestüm. Das letzte Mal wäre ich derjenige der zu schnell und vorheilig in die Räume reingerannt ist. Hä? Shotgun kannst du mal noch nehmen hier oben. So. Und dann gucken wir mal. Ja hier ist nichts. Müssen wir ganz drüber. Da unten ist der Aufzug, da geht es weiter. Ich bin noch mal drüber. So hier ist nochmal zwei Shotgun. Ja du hast wenig Laser-Amkern. Ich habe noch viel Laser-Amkern. Und ich werde jetzt direkt auf eine Mini hier reinlegen. Pass mal auf. Fertig? Ja. Weg, 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 weg. Die sind echt fix. Ich glaube mal. Jetzt runter. Oder jetzt zurück in den Gang. Das ist gut. Lasst ihr mal hier in den Gang kommen. Zurück, 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 zurück. Wir gehen hier erstmal runter. Hier unten oder wo ist jetzt? Puh, du bist echt gut. Das waren schon ein paar Jungs hier. Es fehlen noch fünf oder? Vier. Drei. Null. Ja. Perfekt. Alles einsammeln. Und zur nächsten Stage. Okay. Ich glaube wir haben alles. Sehr schön. Ah, der war nicht ganz so umfangreich. Brücke 1. Ich nehme trotzdem die Shotgun. Das sind auch nur 22 Gegner diesmal. Hey. Was? Hast du mich von hinten angeschossen? Nein. Du stehst neben mir. Ja. Ich nehme mal das Medipack. Rechts oder links. Ich drehe mich nach rechts und schieße ab, was da kommt. Okay, dann drehe ich mich nach links. Einen Moment zu spät. Einen Moment zu spät. Ja, ich gehe erstmal gerade hier in den Gang. Okay. 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 Du bist gar nicht mitgekommen, weil ich dachte, du wärst mitgelaufen. Nö. Du bist schon wieder in den anderen Raum gegangen. Ich habe mir das diesmal gespart. Okay. Okay. Jetzt läuft er direkt vor mich. Entschuldigung. Ich habe schon wieder nur 48. Das ist, weil du in meine zwei Schrotflinten reingelatscht bist. Ja, ja, ja. Ich bleibe jetzt hinter dir, Papa. Ich bleibe hinter dir und schieße nur ab, was an dir vorbeiläuft. Genau. Ich bleibe hinter dir und schieße ihn in den Rücken. Hahaha. Genau. So. Das ist ja nur noch 43. Wo gehen wir der Weg dahin? Ach, das ist ja genau. Wir sind erstmal da hinten dran. Helfpack. Nimm du dir das mal. Nein, nimm du dir das. Du hast fünf weniger. Das kann ich ja nicht verantworten. Daher bin ich das schuld, wenn du ein Leben verlierst. Ja. Genau. Aber ich wahrscheinlich gleich, wenn du eins verlierst. Immer. So, ich drehe mich nach links. Warte, warte, warte. Warte. Ja. 1, 2, 1, los. Ich hatte einen. Ich hatte auch einen. Okay, dann haben wir doch den Raum hier unten. Oder wo ist der? Ja, der Aufzug ist nämlich gerade aus. Okay, also hier rein. Drei Stück. Da sind sie auch schon. Da sind aber mehr als drei. Oder? Das waren vier, glaube ich. Nehmen wir mal, ob ich hier die Laser im Ganzen. Äh, okay. Helf nehme diesmal tatsächlich ich. Okay. Dann haben wir den auch secured. Ich glaube, jetzt kommt jetzt schon die neue Gegnerart. Wir haben bis jetzt nur eine Gegnerart. Ich glaube, jetzt kommt der erste Level, wo neue Gegner schon kommen. 56 Gegner. Ach, schon wieder so große Räume. Ja, würde ich sagen, gehen wir erstmal den Gang und dann die... Also ich würde links hoch erst, dann rechts runter, links hoch. Alles gut, rechts runter. Links, rechts, links, rechts. Das Flammenwerfer mag den Hammer. Ach geil, ja. Oh, jetzt habe ich ihn aufgesammelt. Ach geil, direkt geschnappt. Ist okay. Ich glaube, es kommt aber noch einer. Also du bist ja jetzt auch schon dreieinhalb Mal gestorben, von daher alles gut. Aber nicht mich abbrennen. Ja, ich gebe mir weh. Aber der Flammenwerfer ist cool. Lass dich jetzt einfach mal vorlaufen und dann kannst du da mit dem Kram rumpacken. Jetzt hängt er teilweise ja ein bisschen, ne? Jetzt geht er ein bisschen in die Knie. So, jetzt kommen diese Fiecher, die auf dem Boden krabbeln. Ja. Die sind ätzend. Diese kleinen Krabbenfischer. Ja. Und da ist der Flammenwerfer halt echt Gold wert. Der ist echt richtig cool. Los, schieß. Hinter dir ist eins. Oh. Danke. Das gemeine ist, die hinterlassen halt gar nichts. Keine Waffen. Nein! Was wechselt denn jetzt die Waffe? Oh mein Gott. Bulletproof Waste, die darfst du dafür jetzt nehmen. So. Hier ist noch elf Medipack. Ja, nimm du mal. Okay. Den Raum haben wir. So. Boah, da kommen sie direkt um die Ecke, die Drecksviecher. Jetzt hat der mich verbrannt. Echt? Mhm. Direkt abgefackelt. So, ich hab auch nur noch einen Schuss. Ja, die trifft man nämlich auf den Boden ganz gut, wenn man sich einfach ein bisschen hinkniet. Okay. Wirklich? Wirklich? Und jetzt ist einfach gut. Wirklich?